Einer der besseren Burger hier auf der Insel. Für 3,50 Euro. Also durchaus ein Lieblingsrestaurant. Bruno's Bar von Popolo Beach. Also kann man wirklich sehr empfehlen. Ein netter Mann und ein guter Bürger. Also ich meine, dass hier die Mädels fast nackt rumrennen, da wollen wir ja nicht drüber nachdenken. Aber es ist natürlich auch nur bei schönem Wetter so.